Wir wollten mal kurz nachfragen, wegen unserem Bulli und dem TÜV. Ich bin gehypt. Christian, pass bitte auf, ja? Also Christian ist sehr tieferentspannt und ich bin erschüttert. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sitzen gerade, wie man uns schwer erkennen kann, an meinem Schreibtisch. Heute ist Mittwoch, der... 4. März. Genau, und eigentlich hatten wir abgesprochen mit der Werkstatt, dass heute der TÜV gemacht wird, beziehungsweise der TÜV war heute bei der Werkstatt und jetzt rufen wir mal an und fragen, ob unser Bulli durch den TÜV gekommen ist. Also entweder hat er jetzt TÜV oder er hat keinen, weil das sollte dann heute Morgen ja eigentlich gemacht werden. Und deswegen, jetzt haben wir 13.38 Uhr und wir dürfen ab 13.30 Uhr anrufen, hat er gesagt. Deswegen machen wir das jetzt auch. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja, Christian hat heute Homeoffice und nutzt jetzt seine Mittagspause für diesen Anruf. Wie lange hast du Pause? Bis viertel vor. Ey. Hallo, Christian und Emily hier. Wir wollten mal kurz nachfragen, wegen unserem Bulli und dem TÜV. Das hat hingehauen. Das hat hingehauen, juhu. Das ist ja supergeil. Perfekt. Cool, cool, cool. Das freut uns sehr. Also alle Teile sind auch noch angekommen, der Vorschaltdämpfer und so. Alles geklappt, ja? Ja, ja. Komm mal, geht's dann rein. Ich weiß. Ach, super. Ihr seid klasse. Richtig toll. Freut uns sehr. Dann würden wir nämlich morgen, nee, gar nicht wahr, Freitag. Wir kommen morgen nach Warschland und würden dann Freitag morgen irgendwann abholen. Habt ihr dann eine bestimmte Zeit, wann wir vorbeikommen sollen? Oder können wir einfach kommen, wann wir Bock haben? Ab 2 Uhr, oder? Ja. Dann könnt ihr auf jeden Fall kommen. Perfekt, gar kein Problem. Dann machen wir das Freitagnachmittag. Ab 2 Uhr kommen wir dann einfach irgendwann vorbei. Ja. Super. Alles okay. Ich danke dir. Schöne Grüße an Walter. Und wir sehen uns am Freitag, ne? Alles klar. Mach es. Bis dann. Tschüss. Wie toll. Hat alles geklappt. Er hat TÜV. Ich kann das gar nicht fassen, ey. Theoretisch darf er auf die Straße. Also praktisch auch. Aber wir brauchen jetzt noch eine Versicherung. Ja, genau. Also die Kennzeichen, die roten Kennzeichen kriegen wir von den beiden aus der Werkstatt, dass wir denen von keiner hat nach Wahlstein fahren können. Und da bleibt er auch erstmal stehen. Also wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine Versicherung. Aber müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie wir das mit Versicherung und Zulassung in den nächsten Tagen und Wochen halt so machen. Ich freue mich. Wir können morgen mal wieder nach Wahlstein fahren. Diesmal fahren wir mit einem Mietwagen. Ich habe einen Mietwagen reserviert, der relativ günstig ist. Deswegen erlauben wir uns den Komfort. Für die kurze Zeit ist es halt immer blöd, so lange mit dem Zug und Bus oder irgendwie hin und her. Und deswegen geht es mit einem Gelegenen schneller. Ja, vor allem, weil wir ja auch nur bis Soos oder Lippstadt fahren können. Und wir kommen erst sehr spät an, weil wir nach Arbeit erst losfahren. Richtig. Und dann entweder ist der letzte Bus meistens schon weg. Oder meine Mama. Ja, oder seine Mama, weil sie in Lippstadt arbeitet. Und wenn sie dann beide weg sind, das ist sowohl der Bus oder auch Christans Mama, dann müssen halt Christans Eltern nochmal nach Soos oder Lippstadt reinfahren. Und das sind dann nochmal anderthalb Stunden, also hin und zurück. Ja, nicht ganz. Also eine Stunde. Ja, manchmal fahren wir auf 40 Minuten. Ja, je nachdem, nachmittags. Ja, aber das ist unnötig und deswegen ist das so auch. Also was heißt unnötig, aber das wollen wir ja auch den Eltern oft nicht zum Lippen der Nacharbeit nochmal hin. Genau. Und das ist auch für uns komfortabler. Außerdem müssen wir ja auch noch eventuell Sachen mitnehmen oder so. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wir haben ja das Lenkrad schlossen noch. Das haben wir letztes Mal nicht geschafft mitzunehmen, weil wir auch mit dem Zug waren und so viel mit dabei hatten. Und deswegen nehmen wir das diesmal mit. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn. Christian muss wieder arbeiten, ich auch. Stimmt, in drei Minuten. Wir nehmen euch auf jeden Fall morgen wieder mit nach Marstein und nach Kallenhardt. Und dann fahren wir das erste Mal mit unserem Bulli. Ja, ich bin mega gespannt. Ich freue mich so wahnsinnig. Ich mache mal wieder eine Bull zur Mittagspause. Und oben ist mal wieder Baulärm bzw. Sauggeräusche. Ich weiß nicht, ich glaube, die ziehen den Boden da ab und saugen wir mal zwischendurch. Und das geht jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, sechs Wochen. Das ist wirklich ziemlich nervig. Oh, ich liebe ja Mandelnmus, ne? Ich könnte das jeden Tag essen. Fertig. Was geht's? Ja. Freust du dich? Ja. Ja. Vielen Dank. Hallo aus Warstein. Wie habt ihr gesehen, wir haben uns ein Auto gemietet, wie angekündigt. Eigentlich wollten wir gestern Abend fahren, aber wir haben uns spontan entschieden, das heute früh zu machen, also heute ist Freitag, weil dann ist Momi nicht alleine noch mal eine Nacht und es hat einfach besser gepasst, deswegen fahren wir jetzt gleich nach Kallenhardt. Und holen wir unseren Bulli ab. Ja, also Christians Papa fährt uns, weil der Bus ist gerade weggefahren. Ja, wir waren ein bisschen zu spät, es war ein bisschen Stau und deswegen bringen wir uns jetzt beim Papa nach Kallenhardt und dann fahren wir mit dem Bulli zurück. Ja, ich freue mich schon sehr. Also wir sehen uns gleich spätestens aus dem Bulli raus. Richtig. Hier ist ja das beste Wetter überhaupt. Da ist er. Ah, guck mal hier. Ui. Schön. Schick. Ja, dann gehen wir mal rein, bevor wir noch nasser werden. Hallo. Wir prüfen euch. Vielleicht die rote wieder bis fünf, ne? Ja. Wir bringen ihn hin und kommen, wir haben den Mietwagen, kommen dann direkt wieder zurück. Ah, wie viel Sprint noch im Tank ist. Ne, guck mal. Er springt ja auch so auf den letzten Drücker an, die Batterie ist ja auch nicht mehr so bei Gelegenheit dann demnächst Wasserstand nochmal kontrollieren, weil das ist mit dem in den Hüften. Jetzt war ja das ganze Kühlwasser am Haus. Der hat ja den Kühler hier vorne, also eine unglaubliche Wassermengen. Ja. Auch eine Konstruktion, die man nicht unbedingt nachvollziehen kann. Ganz ganz merkwürdig. Ansonsten, wo Öl ist gewechselt. Du kommst jetzt gleich gewechselt, die sitzt hier oben drunter. So, los geht's. Unsere erste Bulli-Tour. Richtig. Auch wenn sie nur 20 Minuten geht. Ich bin gehypt. Definitiv. Krass. Wir fahren echt in unserem Bulli. Geil. Er hupt. Er blinkt. Er macht alles, was sein Auto machen soll. Ach schade. Ich wäre so gern im Überrühten nach Warstein gefahren, um Onkel Peter und Tante Meinhilde noch zu besuchen. Ja. Wir würden sich bestimmt freuen. Aber das macht man demnächst. Da hinten ist ja noch bald ein Bett zum Schlafen. Ja. Alles gut? Wir bleiben fast liegen. Ja. Ist bergauf. Ist aber normal. Du musst unterschalten einfach. Ach. Tatsächlich. Der kommt hier nicht im dritten Gang hoch. Ja. Klar. Ach nee. Also ja. Ist ja auch klar. Also ich kenne das von Robert. Der fährt auch immer im ersten und zweiten Gang nach oben. Gemächlich. Oder? Bist du, Robert? Ne. Alles gut. Da muss ich halt nur umdrehen. Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Aber es riecht komisch. Nein. Es riecht nicht komisch. Das ist vielleicht die Lüftung. Weil es jetzt ein bisschen warm wird. Ein bisschen Angst habe schon. Musst du nicht haben. Aber der klingt jetzt auch ganz anders. Der klingt gut. Ne. Flimmernd. Warum ist der? Hast du Heizung an? Ja. Wieso? Aber warum denn? Das stinkt. Ja. Der ist zehn Jahre nicht gefahren, dieser Bus. Natürlich stinkt der. Ja. Der hat 95 PS. Äh 92 PS. Ich bitte dich. Da fährt er ja wohl im dritten Gang diesen Berg hochkommt. Ja. Keine Ahnung. Wie gesagt. Ich glaube Robert. Ja. Der fährt mit seinem auch so im zweiten Gang. Der ist auch 30. Ich merke ja selber auch an mir. Der Zahn der Zeit langt. Ich komme auch nicht mehr so einfach die Treppen und die Berge hoch. Ja siehste. Kann es sein, dass man meinen Atem sieht? Soll ich es besser zu machen? Ich finde es gerade ganz gut. Also alles gut. Alles gut an diesem Auto. Toi toi toi. Ich hoffe doch mal auf Plastik. Das wird mir was. Es wird nur wahrscheinlich ein Megakurbelei hier rein zu kommen. Ja zu Tirol gefreut. Christian passt bitte auf, ja? Das meinte ich ja die ganze Zeit, dass es total stinkt. Genau dieser Geruch. Aber alles okay. Das ist nicht cool. Wirklich nicht. Du bist richtig scheiße. Es kocht ja richtig. Ja. Also Christian ist sehr tiefer entspannt. Und ich bin erschüttert. Es ist kochendes Kühlwasser. Das ist jetzt kein Beinbruch oder sonst irgendwas. Aber ich finde es trotzdem. Also ich meine, wir sind jetzt zehn Kilometer gefahren. Ja. Aber das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit... Ganz schön warm. Was ich die ganze Zeit sagte, deswegen war ich auch so ein bisschen... Weil ich vorhin sagte, ich bin ein bisschen skeptisch wegen der Fahrt und so. Weil das Auto ist zig Jahre nicht gefahren. Und auch wenn die das jetzt in der Werkstatt fertig gemacht haben und im TÜV vorgeführt haben, ist technisch soweit alles in Ordnung. Nur, ob das Fahrzeug dann auch so fährt, wie es fahren soll, das stellt sich ja erst raus, wenn man es wirklich fährt. Aber das meinte ich auch die ganze Zeit bei der Fahrt, dass es so riecht. Ja. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Wir sind ja jetzt hier. Alles gut. Er ist zwar nicht perfekt eingeparkt. Das müssen wir vielleicht gleich noch machen. Wir lassen den jetzt erstmal so hier stehen. Und wenn wir gleich wieder da sind, dann können wir den nochmal kurz anmachen und richtig einparken. Naja, ich weiß nicht. Ohne... Da müssen wir vorher Kühlwasser nachfrühen. Naja, wir gucken mal. Wie Christian schon sagt, wir müssen ja auch die roten Kennzeichen wieder zurückbringen. Und das machen wir jetzt als erstes, weil... Und dann sprechen wir einfach nochmal mit der Werkstatt. Und dann gucken wir weiter. Aber ich bin schon... Ja... Alles gut. Das wird uns vielleicht auch noch öfter passieren. Solche Sachen. Ja, selbstverständlich. Ich bin ja nicht naiv. Also, das ist ja schon klar. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nach den ersten 10 Kilometern so ist. Aber du hast schon recht. Ich meine, er ist 30 Jahre nicht gefahren. Ja, 30 Jahre nicht, aber 10. Ja, meine ich ja. 30 Jahre alt. Ich suche mal... Ich suche mal... Das Wasser hat in dem Tank richtig gebrodelt. Und es war... Ne? Hat richtig gedampft und gezischt und so. Deswegen mal die Frage an euch. Ferndiagnosen mäßig. Was kann das sein? Ein unrühmliches Ende für eine erste Fahrt. Aber alles kein Problem. Ich habe nur Qualen gesehen aus der Heckklappe. Und dann habe ich zu Christian gesagt, da mal brennt der Motor. Und dann würde ich halt sofort hin. Und dann war es halt das Kühlwasser. Guck nicht so traurig. Er wird es überleben. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Er ist für sein Alter in einem sehr guten Zustand. So, jetzt genau. Die Zunge. Ach so, um die Schilder abzumachen. Ja. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder zurück. Wir haben die Kennzeichen wieder abgegeben und mit der Werkstatt gesprochen. Also mit Walter. Von der Werkstatt. Und Walter meinte auch, dass es Luft sein kann. Oder auch unsere tolle WhatsApp-VW-Gruppe schrieb, dass es auch das Thermostat sein kann. Und jetzt filmen wir gleich mal Wasser nach. Und dann parken wir auf jeden Fall den Bus mal richtig ein, weil er jetzt hier noch so schräg steht. Ich hole mal noch was. Öl blinkt. Aber warum? Da haben wir doch geguckt. Ja, das ist die Batterie. Ja, das ist die Batterie. Wer hat jetzt dieses Foto geschickt? Das ist Thermostat. Die Zylinderkopfdichtung kann es noch sein. Das Wasser findet den dümmsten Weg. Und das Glyssantin, das merkst du ja, das riecht ja so, ich sag jetzt mal, wie Tütensuppe. War ja voll nett. Was für ein lieber, lieber Mensch. Ja, wer war das aus der Gruppe? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was für ein lieber, lieber, lieber? Ich weiß es nicht. Deine Ahnung.